Ja, hallo. Jetzt haben wir es, glaube ich, hingekriegt. Yay! Hurra! Ich hoffe, ihr seid noch alle an Bord. Ja, ich fange jetzt einfach mal direkt an in Medias Res. Ja, jetzt live auf deinem Kanal. Vielen Dank auch dafür. Ja, also, wir hatten uns, ja, beziehungsweise ich hatte mir als Thema vorgenommen das Fürstenhaus von Monaco und ja, den möglichen vermeintlichen Mord an Stefano Casiraghi. Ja, Jasmin ist wieder da. Hi, Jasmin. Und natürlich auch die Karin Maschin. Stefanie, morgen, GF. Guten Morgen. Ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Andrea, hallo nach Österreich. Das ist ja irre. Ja, die Monegasen. Vielleicht wisst ihr, dass sich am 3. Oktober, sprich übermorgen, der Todestag von Stefano Casiraghi jährt. Er ist im Jahr 1990 bei einem Speedboat-Unfall ums Leben gekommen. Wer jetzt vielleicht mit dem Namen nicht direkt spontan was anfangen kann. Stefano Casiraghi war der zweite Ehemann von Caroline von Monaco, also der Schwester des heute regierenden Fürsten Albert und die Tochter von Grace Kelly und Prinz Renier. Caroline von Monaco war vor Stefano Casiraghi schon mit Philipp Schüno verheiratet, der wesentlich älter war als sie und eigentlich als Lebemann galt. Die Ehe wurde damals, also diese erste Ehe mit Schüno wurde damals sowohl von der Öffentlichkeit als auch von den Eltern der Prinzessin äußerst kritisch gesehen. Man war nicht begeistert, dass sie heiraten wollte. Aber da die, ich sag mal, die Gassenprinzessinnen schon immer recht eigenwillig waren, hat sich Caroline also mit diesem Willen, Schüno zu heiraten, durchgesetzt. Die erinnern uns alle an ihre wunderschöne Hochzeit damals in Monaco, an dieses traumhafte Kleid, das Marc Bohan von Dior für sie gemacht hatte. Und also es war eigentlich eine Traumhochzeit, die allerdings ziemlich schnell in die Brüche ging. Sie hatte mit Schüno auch keine Kinder. Deswegen ist diese Scheidung jetzt nicht ganz so tragisch, sag ich mal, als wenn noch Kinder da sind, die dann halt mehr oder minder unter dieser Trennung zu leiden haben. Noch dazu, wenn die Eltern derartig in der Öffentlichkeit stehen, wie es bei den Monegassen der Fall ist. Ja, sie hat dann einige Zeit später Stefano Casiraghi kennengelernt, einen jungen italienischen Bauunternehmer, sehr gut aussehend, aus sehr guter Familie. Und als sie den heiraten wollte, wurde das dann in der Öffentlichkeit anders gesehen. Man war also der Meinung, dass die beiden wesentlich besser zusammenpassen. Hallo Bettina. Caroline war damals eigen. Ja, sie hatte diesen strengen Mittelscheitel und die Haare so ganz streng nach hinten. Also ja, das war wohl eher Geschmackssache, sag ich mal. Aber es war ja wieder so ein bisschen durch diese Blütenstränge aufgehoben, durch dieses Blütengesteck, das sie auch im Nacken hatten. Also ich fand damals, das hat eigentlich gut ausgesehen, mir hat es gefallen. Ja, sie hat dann also Casiraghi geheiratet. Alle waren glücklich und zufrieden. Die beiden passten gut zusammen. Es war im Prinzip eine skandalfreie Ehe, die dann auch mehrere Kinder hervorgebracht hat. Und ja, im Prinzip hätte es dabei bleiben können. Alle waren zufrieden, alle waren glücklich. Es wurden regelmäßig Fotos von Karl Lagerfeld von der jungen Familie gemacht. Lagerfeld war ein großer Freund bis zu seinem Tode von Caroline von Monaco. Und das Ganze war eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Und das Ganze hat sich dann auch insofern ins extrem Tragische gewendet, als Stefano Casiraghi ein höchst gefährliches Hobby hatte, nämlich das Speedboatfahren. Er wollte nun auf Druck seiner Frau hin dieses Hobby aufgeben. Er war sogar, wenn ich das richtig erinnere, Weltmeister im Speedboat fahren gewesen und wollte jetzt ein letztes Mal sozusagen seinen Titel verteidigen und danach dieses Hobby aufgeben. Es kam dann, wie es zunächst hieß, durch einen Fahrfehler. Er war Co-Pilot. Gefahren ist das Boot tatsächlich sein Freund. Und dabei kam es wohl zu einem Fahrfehler. Das Boot hat sich überschlagen. Und bei dem Aufprall auf das Wasser wurde Casiragis Genick gebrochen. Caroline von Monaco war zu der Zeit oder an diesem Tag in Paris bei einer Freundin. Und ja, sie hat dann dort vom Tod ihres Mannes erfahren, ist dann natürlich sofort nach Monaco zurückgekehrt. Und das Ganze reihte sich in diesem, ja, ich sag mal, Unglücksserie ein. Also der Tod von Grace Kelly, sprich Grazia Patricia von Monaco, der Tod Casiragis. Es waren unglaublich viele Schicksalsschläge, die die Familie zu verkraften hatte, zumal das jetzt nicht im weiteren Kreis passiert ist, sondern im direkten Umfeld. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Wir erinnern uns, hallo Barbara, wir erinnern uns sowohl an die Beisetzung von Grace Kelly damals. Wir erinnern uns, also das hat mir damals fast das Herz gebrochen, Fürst Renier, der da alleine in der Kirche auf seinem Stuhl saß und völlig versunken war, zerbrochen war, sich die Tränen abgewischt hat. Und das bei einem eigentlich, ja, wie soll man sagen, immer ungemein starken, dominanten, wie hieß man so schön irgendwo, südfranzösischen Paterfamilias, also so der Patriarch, und der jetzt völlig gebrochen war. Und dann hatten wir eben die Bilder von der Beerdigung von Stefano Casiraghi, wo Prinzessin Caroline offensichtlich vollkommen vernichtet war. Also sie musste gestützt werden, sie konnte nur, ja, wirklich kaum selbst gehen. Und klar, wenn man von heute auf morgen den geliebten Mann verliert, die Kinder, den Vater, ist das natürlich eine absolute Katastrophe. Und dazu kommt noch, man muss es halt so klar sagen, dass damals auch kritische Stimmen laut wurden, die sagten, naja, ist halt eine Frage, ob man so ein Hobby pflegen muss, wenn man drei kleine Kinder und eine Frau zu Hause hat. Ist, denke ich, irgendwo eine berechtigte Frage. Ja, ich sage, erzähle jetzt einfach mal von mir selbst. Ich war jahrelang begeisterte Motorradfahrerin und bin auch noch während meiner ersten Schwangerschaft gefahren. Allerdings habe ich dann das Motorradfahren, als meine Tochter auf der Welt war, aufgegeben, eben mit diesem Gedanken, dass wenn da irgendetwas passiert, dann, ja, ich muss nicht Motorradfahren. Also ich, mein Alltag oder mein Leben hängt nicht davon ab, dass ich das kann. Und da war mir einfach das Risiko zu groß, wenn mir irgendetwas passieren sollte. Und sei es nur, dass ich runterfalle, in mir das Bein breche und dann im Bett liege und nichts mehr machen kann, funktioniert es halt nicht. Und dann habe ich es halt sein lassen und bin bis heute auch auf kein Motorrad mehr drauf gestiegen. Und ich denke mal, das sind halt alles so Sachen, das sind Entscheidungen, die musst du treffen, wenn du Mutter oder Vater bist. Und ich denke auch, dass diese Speedboat-Geschichte vollkommen überflüssig war. Und insofern auch aus meiner Position raus, dieser Unfalltod unnötig. Was ich damals, wie ich gestehen muss, nur randständig mitbekommen habe, war, dass Stephanos Bruder und Mutter sofort Anklagen gegen die Mafia erhoben haben. Ja, genau, stimmt. Das war der erste Solo-Auftritt von Prinzessin Diana, die ja kurz vorher bei ihrem ersten offiziellen Auftritt nach der Verlobung in London mit Fürstin Grazia Patrizia zusammengetreten ist, wo die ihr gesagt hat, sie würde ihr gerne Besseres sagen, aber es würde sogar noch schlimmer werden, als Diana sie gefragt hat, ob dieses Medieninteresse denn irgendwann mal abebben würde. Ja, zurück zu diesem Unfalltod. Jetzt muss man dazu erklären. Stefano Casiragi war Bauunternehmer. In Deutschland ist die Tatsache, dass man Bauunternehmer ist, jetzt nicht unbedingt lebensbedrohlich ist. In Italien sieht es schon mal ganz anders aus, weil in Italien, und ich will da jetzt nicht zu tief ins Thema reingehen, wer sich dafür interessiert, kann sich da über die Mafia in Italien, in Europa und ihre Aktivitäten anderweitig jetzt ein Bild machen. Wenn das verlangt werden sollte, wenn ihr kommt und sagt, hey, mach mal was über die Mafia, dann mache ich auch was über die Mafia. Genau das war die Sache mit dem schwarzen Kleid, was auch die Emanuels damals entworfen haben. Ja, also wenn irgendjemand sagt, mach was über die Mafia, mache ich euch auch was über die Mafia. So ist es nicht. Habe jetzt auch in New York sehr viel zu dem Thema übrigens mitbekommen. Ja, aber wieder zurück. Die Mafia ist, wie gesagt, in Italien, in ganz Europa hochaktiv und dabei auch zumindest zur damaligen Zeit hochaktiv im Bereich der Bauunternehmen. Also da wird sehr viel mit Bestechung gearbeitet und solches sein. Jasmin, gerade deine Frage kurz beantwortend. Diana hat es nachher selbst gesagt, sie hätte dieses Kleid in schwarz gewählt, weil sie damals der Meinung war, schwarz sei die eleganteste Farbe überhaupt, die man tragen könne. Und die Königin habe sie im Nachgang dann darauf hingewiesen, dass man in der Königsfamilie schwarz eigentlich nur zu Beerdigungen anzieht. Sie hat es nicht gewusst, das war ihr sehr unangenehm. Es war ja auch ein sehr tief dekultiertes Kleid, was, als sie aus dem Wagen ausgestiegen ist und sich vorgebeugt hat, mehr zum Besten gegeben hat, als sie wollte. Aber okay, das sind Anfängerfehler. Sie hat daraus gelernt und hat ja später ganz, ganz passable Sachen angezogen. Ja, insofern war es zumindest für Italiener naheliegend zumutmaßen, dass bei diesem Unfalltod von Stefano Casiracchi die Mafia ihre Hände im Spiel gehabt habe. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, die können ja nicht jeden Bauunternehmer über die Klinge springen lassen, der irgendwie zu Geld kommt oder so. Das war es auch tatsächlich nicht, sondern Stefano Casiracchi hatte mit Karolin von Monaco eine, ja, ich sage jetzt mal den goldenen Jackpot geknackt, weil die Monegasen waren schon damals unter Fürst Renier mit die reichste Fürstenfamilie Europas. Sie sind bis zum heutigen Tag viele, viele, viele Milliarden schwer und in Monaco ist nichts so rar wie Bauland. Ja, Karin, das war kein Trauerkleid, sondern das war tatsächlich dieses schwarze Kleid, was sie in die Oper angezogen hat. Sie hat dann natürlich bei Grace Kellys Beisetzung auch ein schwarzes Kleid getragen. Wenn ich mich recht entsinne, hatte das noch so ein kleines, wie sagt man, meine Oma hat, glaube ich, Milchbubi-Kräglein dazu gesagt, also so ein kleiner Stehkragen oder Mau-Kragen oder so und so eine Perlenkette und dann die ist so ein Hut, so ein Hütchen mit so einem Schleier dran. Also für die Beisetzung von Grace Kelly war sie dann tiptop. Ja, zurück zu Stefano Casiracchi. Also in Monaco ist nichts so rar wie Bauland, deswegen hat Fürst Albert auch seit einigen Jahren dieses Projekt am Laufen, Land aus dem Meer zu gewinnen, weil, wenn ihr euch das mal auf der Landkarte anguckt, Monaco ist ja praktisch wie so ein kleines Dings am Meer und das ist komplett umgeben von Frankreich respektive. Ich glaube, ein Stückchen italienische Grenze ist auch noch dabei, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und es ist so, muss man auch noch dazu erklären, habe ich auch, glaube ich, in einem anderen Film schon mal erzählt, dass unter de Gaulle festgelegt worden ist, dass wenn der Fürst von Monaco ohne männlichen Erben stirbt, fällt Monaco an Frankreich zurück. Und das gilt es natürlich heftigst zu verhindern, weil die Grimaldis wollen natürlich das Sagen auf dem Felsen Le Rocher behalten. So, wie ihr auch wisst, hat Monaco ein ungemein charmantes Steuerrecht, nämlich kurz gesagt, man zahlt so gut wie keiner. Es gibt allerdings die Vorschrift, es genügt nicht, wenn du dort einen Wohnsitz hast, sondern du musst dich auch nachgewiesenermaßen einen Großteil des Jahres dort in Monaco aufhalten. Weil es war irgendwann dazu gekommen, dass die ganzen Superreichen sich dort eine Wohnung gekauft haben, haben aber praktisch nie einen Fuß auf monagassische Erde gesetzt. Und dem wollte man einen Riegel vorschieben und hat eben diese Vorschrift erlassen. Inzwischen ermitteln auch immer wieder europäische, andere europäische Länder Regierungen gegen Steuerflüchtlinge aus dem eigenen Land, die eben sich in Monaco zum Schein niedergelassen haben, um eben entsprechend die Steuern sparen zu können und damit natürlich ihre eigenen Mitbürger massiv schädigen. So, also Albert hat heute in diesem Bereich Probleme, die immer massiver werden. Aber diese Probleme gab es eben schon zu Zeiten von Fürst Renier. Und ja, Stefano Casiragi als Bauunternehmer ist, wie gesagt, mit der Heirat mit Carolin von Monaco der absolute Jackpot gelungen. Denn damit hatte er direkten Einfluss auf den Fürsten. Denn er konnte ja alles über seine Frau steuern. Er hatte den 24-7-Zugang sozusagen zur Macht in Monaco und natürlich auch zu unfassbaren Bauaufträgen. So, jetzt kann man natürlich sagen, naja, das ist ja alles so, ja, ist halt so. Deswegen brauchen die den Mann doch nicht umbringen. Ja, aber, weil es war so, dass angeblich Stefano Casiragi in seiner Anfangszeit als Bauunternehmer Schulden bei der Mafia gemacht hat. Und die war nun der Meinung, in dem Moment, wo man den Jackpot knackt, könne man mal dran gehen, seine Schulden zu begleichen. Das sei nun nicht passiert. Und da habe die Mafia sozusagen ein Exempel statuieren wollen. Das Ganze ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern, wie gesagt, seine Mutter hat es jetzt. Fernanda Casiragi hat es auch jetzt nochmal der italienischen Zeitung Oggi gegenüber betont und bekräftigt. Das, ja, Borg verursacht immer sorgend. Das ist wohl wahr. Ja, vor allem, wenn man beiden falschen Leuten anklopft. Ja, also Fernanda Casiragi hat es jetzt in Oggi nochmal betont. Sie scheint da relativ furchtlos. Ist auch mittlerweile fast 100, die gute Frau. Und auch sein Bruder hat direkt nach der Beisetzung oder nach dem Tod des Bruders eben diese Anschuldigungen erhoben. Ich bin tatsächlich das erste Mal jetzt auf das Thema aufmerksam geworden, weil die Bunde in ihrer aktuellen Ausgabe diesem Thema sogar einem mehrseitigen Artikel widmet. Also fand man es wohl so interessant und auch so fundiert, dass man eben darüber schreiben wollte. Zumal es momentan so ist, das hatte ich ja auch schon mal in einem anderen Video erzählt, dass Prinz Albert derzeit massive Schwierigkeiten wegen eines Bestechungsskandals hat in seinem Land, wo er ziemlich heftig rödelt, um da irgendwie Ordnung reinzubringen. Verstrickt da rein sind sein Anwalt und Jugendfreund Thierry Lacoste, der also nichts mit Frau Koste zu tun hat, die eben die Mutter seines Sohnes ist. Dann haben wir noch Claudio Palmejo, den Ex-Finanzverwalter des Fürsten und auch von Charlene Whitstock, beziehungsweise ihrer Familie. Und dann ist noch Laurent Anselmy verstrickt in die Sache, der ehemalige Kabinettschef. Und damit man die Dinge auch richtig im Griff hat, Didier Linot, der ehemalige Präsident des Obersten Gerichtshofes. Das heißt, wir haben hier ein Netzwerk der wohl einflussreichsten Männer in Monaco, die um den Fürsten herum ein unglaubliches Bestechungssystem aufgebaut haben und sich selbst ungeheure Vermögen angehäuft. Ich persönlich muss sagen, diese ganzen angeblichen Versuche des Fürsten, diese Dinge aufzuklären, diese Bestechung zu beenden, die Leute entsprechend dem Gesetz zuzuführen, halte ich für nicht besonders energisch. Genau, ja, Karin, absolut ein richtiger Sumpf. Zumal man bedenken muss, dass es ein winzig kleines Land ist, wo praktisch jeder jeden kennt auch noch, aber eben auch ein ungemein reiches Land, beziehungsweise eine ungemein reiche Fürstenfamilie. Also da geht es um, um das mal wirklich in den Kontext zu bringen. Da reden wir nicht von ein paar hunderttausend Euro, da reden wir von zig Milliarden, um die es da geht. Ja, ich halte also diese Aufklärungsversuche des Fürsten für nicht besonders fundiert, weil, und das hat mich persönlich geschockt und ich dachte, wie kann man nur so dumm sein, er im Sommer mit seiner Frau und seinen Kindern auf der Yacht eines kasachischen Oligarchen Urlaub gemacht hat. Und ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ich will den Sumpf Korruption in meinem Land trockenlegen, ich will die Dinge auf die Reihe kriegen und dann mache ich Urlaub auf dem Schiff eines Mannes, dem nachgesagt wird, dass er praktisch die komplette Verwaltung Monakos in der Tasche hat. Also irgendwie, da ist der Bock wirklich zum Gärtner gemacht, das geht gar nicht. Und da zeigt sich dann in meinen Augen halt auch, wo die Problematik bei so einem Fürstentum ist, weil der Fürst von Monaco tatsächlich allgewaltig ist in seinem Land. Hi, Patty. Es gibt also nichts, wo man dem Fürsten tatsächlich nachhaltig reinreden könnte. Man kann ihn, soweit ich weiß, noch nicht mal vor Gericht bringen. Also er ist persona absolut, ja, nicht angreifbar. Jetzt fragen sich natürlich alle. Interessant, interessant. Aber wieso kommt denn das jetzt alles erst raus? Oder warum kommt das jetzt raus? Warum kommt es überhaupt raus? Und das Ganze kommt deswegen raus, interessanterweise, weil die Medien über Bande gespielt haben, wie ich das so schön nenne. Es war nämlich, es ist so rum. Es ist so. In Monaco wurde ein junger Amerikaner ermordet. Er ist verschwunden und wurde dann kurz darauf ermordet, aufgefunden. Seine Familie hat daraufhin die monegassische Polizei angeklagt, öffentlich, sich nicht wirklich um die Sache gekümmert zu haben, weil er halt ein normaler junger Mann gewesen wäre. Und in Monaco würde die Polizei immer nur dann wirklich aktiv werden, wenn es um Superreiche geht. Da kamen dann noch andere Geschichten rein, die will ich jetzt aber mal auf der Seite lassen. Mit gewissen Oligarchen, die gewisse Leute haben verhaften lassen, weil sie gesagt haben, die haben mich über den Tisch gezogen oder so Dinge. Also, aber wie gesagt, das ist für einen anderen Tag. Ja, dieser junge Mann wurde also ermordet aufgefunden und seine Familie in den USA ansässig, hat das FBI eingeschaltet. Das FBI hat dann seinerseits ermittelt, hat aber die Ergebnisse unter Verschluss gehalten. Und jetzt ist es so, dass es in den USA ein Gesetz gibt, das nennt sich Freedom of Information Act. Und dieser Freedom of Information Act besagt, dass du ein Anrecht hast, solche Unterlagen einzusehen, wenn du denn einen Grund nennen kannst und wenn diese Unterlagen nicht die Sicherheit der USA gefährden. Und dann war es so, dass die Journalisten des FBI gebeten haben, unter anderem, glaube ich, die Washington Post, diese Ermittlungsergebnisse von Monaco oder derzeitigen Ergebnisse vorzulegen. Das FBI-Automatismus hat das abgelehnt und die Medien sind dann vor Gericht gegangen und die Richter haben gesagt, okay, wenn ihr das freigebt, ist die Sicherheit der USA nicht gefährdet, weil es ging ja um diesen jungen Mann, der ermordet wurde und die Ermittlungen in Monaco. Entschuldigung. Und insofern müsst ihr diese Sachen offenlegen. Das hat das FBI dann auch gemacht. Und somit wurden diese Unterlagen publik und damit wurde auch publik, was für ein ungeheurer Sumpf in Monaco herrscht. Weil eben seit Jahrzehnten weder Fürst Renier noch Fürst Albert tatsächlich effektive Maßnahmen gegen diese Bestechlichkeit, gegen diese Betrugsfälle und 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 durchgesetzt haben. Sie haben nie aufgeräumt in ihrem Land, sondern haben im Prinzip diesen Wildwuchs einfach vor sich hin grummeln lassen. Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken, ihr entschuldigt. Mein Mann hat sich nämlich etwas erkältet. Also etwas hängt drin wie Sau. Und ich hoffe jetzt die ganze Zeit, er hat mich nicht angesteckt. Weil wenn man immer aufeinander hockt, ist das ja so eine Sache. So. Männergrippe. Nee, nee, also ihn hat es echt erwischt. Das ist, glaube ich, jetzt in den ganzen Jahren, die wir zusammen sind. Das ist, glaube ich, jetzt das zweite Mal erst, dass er erkältet ist. Ja. So. Zurück nach Monaco. Und deswegen, weil eben diese FBI-Unterlagen offengelegt wurden, kam eben jetzt dieser ganze Stein ins Rollen und Prinz Albert hat sich dazu verpflichtet gesehen oder bemüßigt gesehen, jetzt mal anzufangen aufzuräumen. Was, wie ich finde, eben mit diesem Sommeraufenthalt auf der Oligarchenjacht absolut ad absurdum geführt wurde. Es hat sich auch bislang jetzt noch nicht so richtig viel getan. Und das in einer Situation, wo ein Fürst eben alle Macht in Händen hält. Insofern denke ich, dass, so wie auch Frau Casiragi Senior denkt, jetzt doch vielleicht auch das ein oder andere über diesen Tod von Stefano Casiragi an das Tageslicht kommen könnte, durch diese Ermittlungen des FBI. Weil das FBI, denke ich, ist dafür berühmt, dass sie jetzt nicht besonders zart fühlen vorgehen, sondern wenn sie der Meinung sind, dass irgendwo was rauszufinden ist, dann gehen sie da auch dahin, wo es wehtut. Was dazu noch zu sagen wäre, ist, dass schon de Gaulle versucht hat, die Monegassen respektive Fürstrenier dazu zu kriegen, ah, danke Bettina, ich werde es ihm ausrichten, bei sich im Laden aufzuräumen. Er hat damals sogar eine Blockade Monakos in die Wege geleitet, ist aber, wie man sehen kann, nicht wirklich weitergekommen mit dem Thema. Insofern, denke ich, bin ich mal gespannt, was vielleicht noch da rauskommt in der nächsten Zeit. Es scheinen sich ja, wie gesagt, auch die großen Titel wie eben die Bunde oder auch die Daily Mail hat auch berichtet und so weiter. Also von daher scheint Interesse bei den Medien da zu sein. Wir hatten damals nach dem Tod von Stefano Casiragi eine Untersuchung des Schiffs, beziehungsweise des Wracks, was damals durch Fürstrenier angefangen wurde, beziehungsweise in Auftrag gegeben sozusagen. Und er liest mit. Ja, also es war halt, de Gaulle, sagen wir es mal so, de Gaulle hatte ein lebhaftes Interesse daran, Monaco wieder zurückzukriegen. Und da hat es ziemlich heftig dran gewirkt. Natürlich haben wir es bei diesen ganzen Persönlichkeiten mit, sagen wir mal so, sehr selbstbewussten Männern zu tun. Und, naja, aber come on, für einen anderen Tag. Also de Gaulle sparen wir uns jetzt mal. Ja, damals kam also bei dieser Untersuchung des Wracks nichts raus, von wegen, dass manipuliert worden wäre und so weiter. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen tatsächlich, dass es für Fürstrenier damals zutiefst unpassend gekommen wäre, hätte man rausgefunden, dass an dem Schiff irgendwie manipuliert worden ist. Das hätte nämlich bedeutet, dass er hätte nach den Schuldigen oder Verantwortlichen hätte suchen lassen müssen. Und das hätte natürlich extrem viel Wirbel gemacht. Und ob er jetzt unbedingt der Typ gewesen wäre, um sich mit der Mafia anzulegen, wage ich noch stark zu bezweifeln. Und insofern denke ich, könnte es durchaus so sein, wofür ich keinerlei Belege habe, Aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass der Fürst beschlossen hat, dass es besser ist, wenn das Ganze ein Fahrfehler war und keine Tat der Mafia. Ich will an der Stelle auch noch mal kurz darauf eingehen. Ich habe jetzt mehrmals gelesen, die Mafia sei mit drei Männern in der Nacht vor der Beisetzung von Stefano Casiraghi in die Kirche eingedrungen, habe den Sarg, oder nach der Beerdigung, nicht vor der Beerdigung, habe den Sarg ausgegraben und senkrecht ins Grab gestellt. Und das sei ein Zeichen der Mafia, dass sie diese Person getötet hätten und dass sie noch weitere ausstehende Zahlungen einfordern werden. Es sei auch kurz darauf durch die Fürstenfamilie Zahlungen geleistet worden. Allerdings habe ich dafür nirgendwo irgendwas auch nur dem Anschein nach als Beleg finden können. Was diesen Brauch angeht, den Sarg eines Mafia-Opfers senkrecht zu stellen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich befasse mich seit Jahrzehnten mit dem Thema, sowohl mit der amerikanischen als auch mit der italienischen Mafia, habe ich noch nicht von gehört. Mag sein, dass es den gibt oder mal kurzzeitig gegeben hat. Ich weiß nicht, ich habe jedenfalls noch nie davon gelesen. Ich weiß nur, dass die Leute, die gewarnt werden sollten durch bestimmte Aktionen, wir kennen alle die Geschichte mit den toten Fischten und so, der Pate, dass die diese Botschaften schon sehr gut verstanden haben, dass man denen auch keine gesonderten Botschaften zwingend geben musste, sondern die wussten allgemein schon, dass sie angesprochen sind und dass das auch ihr mögliches Schicksal wäre. Also wie gesagt, ich habe bis jetzt keinen Beleg von diesem Senkrechtstellen des Sarges. Ich kann mir das auch wirklich absolut irgendwie gar nicht vorstellen. Aber wie gesagt, wenn von euch da draußen irgendwo irgendjemand was Aussagekräftiges zu dem Thema hat, gerne. Aber wie gesagt, ich wüsste es nicht und ich fand es jetzt auch ein bisschen zu plakativ und dachte so, nee, also es spricht zu viel dagegen. Das wäre auch, denke ich, niemals unbemerkt geblieben von der Allgemeinheit. Und ich habe damals auch gar nichts davon gehört, dass das mit dem Sarg passiert sein solle oder irgendetwas. Aber wie gesagt, es mag auch an mir vorbeigegangen sein. Von daher, wie hat Reich Ranitzki immer so schön gesagt, wir sehen betroffen, der Vorhang zu und alle Fragen offen. Das heißt, wir werden übermorgen sicherlich gemeinsam mit Caroline inzwischen von Hannover an diesen viel zu frühen Tod ihres Mannes denken. Den Vater ihrer Kinder, der leider nicht mehr erleben dürfte, was aus diesen Kindern geworden ist. Seine Tochter Charlotte, die ich ja sehr schätze, nicht nur, weil sie Chanel trägt, was ich auch zu gern täte. Aber nein, sie ist der Philosophie zugewendet, was ich ja nicht müde werde zu erzählen. Hat auch in Monaco die philosophischen Gespräche ins Leben gerufen, die immer im Sommer stattfinden und wo sich Philosophen mit ihr zusammen über aktuelle Themen unterhalten, auch über allgemeingültige Themen sprechen und was sehr viel Zuspruch im französischen Raum findet. Beatrice Borromeo hingegen als Investigativjournalistin, fantastische Arbeiten von ihr. Läuft auch, ich hatte es kurz vorgestellt, die Doku über Prinz Vittorio Emanuele von Savoyen. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Also die beiden Frauen machen wirklich, wirklich super interessante Sachen. Und ich würde mir wünschen, dass man auch in Deutschland mehr über die beiden berichten würde. Wir hören immer nur über die kriegsgrämige Charlene und was sie jetzt wieder hat und warum und weshalb und wieso. Und ich finde, sie macht ja gar nichts. Also Charlene ist so etwas wie, sie ist echt Entschuldigung bei allen Fans von ihr da draußen. Aber ich finde, sie ist für mich eine, ja, da ist einfach nichts, ja. Und Charlotte und Beatrice, die gehen da ganz anders nach vorne und die finde ich auch super spannend. Und ja, denen folge ich einfach gerne und freue mich auch immer, wenn da was Neues von den beiden kommt. So, dann würde ich sagen, hätte ich es an der Stelle mit Monaco. Wie gesagt, wir denken am 3. Oktober alle an Stefano, an Carolin, an die Kinder, die sich auch bislang in raren Interviews auch zum Tod des Vaters beziehungsweise zu ihren Erinnerungen an den Vater geäußert haben, wo ich dann immer wieder denken muss, ja, so kann man mit dem Tod eines Elternteils umgehen. Ähm, nee, also Ernst August ist jetzt angeblich weg vom Schnaps. Der hatte ja Magenkrebs und da hatten sie auch gedacht oder Magenentzündung, irgend sowas war da. Ähm, der lag ja auf Leben und Tod und hat angeblich seitdem, lässt der die Finger vom Suff. Ähm, Andrea, nein, wie kannst du sowas schreiben? Ich kriege Hunger, oh nein. Okay, also dann in Andreas Sinne, nein, schlage ich jetzt einfach den Boden, den Bogen von den Kindern von Carolin von Hannover und Stefano Casiraghi und deren sehr erwachsenen Umgang mit dem Verlust des Vaters zum Prinz Harry und seiner Frau, der ja nun mit dem Verlust seiner Mutter überhaupt nicht klarkam. Ähm, und das nicht müde wird zu betonen und irgendwie, ja, ach, nee, Andrea, alles gut, alles gut. Oh Gott, ja, bloß Hunger. Nein, Quatsch. Ähm, ja, ähm, also damit hätte ich jetzt ganz elegant zu Harry übergeleitet, denn ich habe in dieser Woche einen sehr interessanten Artikel gelesen, der auch schon mittlerweile von mehreren Kolleginnen von mir aufgegriffen wurde, zumindest von einer. Ja, und da geht es um die Charities von Harry und Meghan. Ich schaue ja immer, wie ihr wisst, so von Zeit zu Zeit auf deren Homepage und gucke so ein bisschen nach. Ähm, ja, genau. Und gucke so ein bisschen nach, was tut sich da, wo sind sie gerade wieder aktiv. Ich habe dann, ähm, positiv vermerkt, dass sie, ähm, Rucksäcke von Mädchen in Afrika, ich weiß allerdings jetzt nicht mehr, in welchem Land es war, äh, haben sie unter anderem mit Menstruationsprodukten ausgestattet, weil die diesen Mädchen normalerweise nicht zur Verfügung stehen und die wohl auch aus diesem Grunde, wenn sie ihre Tage haben, nicht in die Schule gehen. Und das reißt natürlich jeden Monat, äh, eine Lücke ins Lernpensum und ist natürlich für die Mädchen auch an sich, es ist scheiße auf gut Deutsch gesagt, und da haben sie jetzt eben Rucksäcke ausgeteilt an Mädchen, wo eben unter anderem solche Menstruationsprodukte wie Binden und so weiter drin waren. Das fand ich eine super gute Aktion, ähm, die wird teilweise auch von anderen, ähm, ja, Jasmin, da gebe ich dir allerdings recht, ähm, die werden auch von anderen Wohltätigkeitsorganisationen gemacht, aber das ist natürlich was, wo man im Prinzip kontinuierlich dranbleiben muss, weil, ja, Frau halt im gebärfähigen Alter sowas halt jeden Monat hat, ja. Und, ähm, von daher, aber ich denke trotzdem, es war eine sehr gute Aktion, hat mir gut gefallen und, ähm, ja, können Sie ruhig weitermachen so. Was ich dann allerdings echt, echt blöd fand, war, als eben jetzt in diesen Artikeln rausgekommen ist, dass ein E-Mail-Verkehr zwischen der Archwell-Organisation, also der Wohltätigkeitsorganisation von Harry und Meghan, an eine Schule in Harlem bekannt wurde, respektive an deren Lehrkörper, nämlich die Schule PS-123, eben in New York Harlem. Und zwar hat Meghan dort einen Auftritt gehabt, zusammen mit Prinz Harry, im Jahr 2021. Da haben sie sich engagiert für das Lesen an Schulen. Das ist auch toll, ähm, weil das sicherlich ein Thema ist, was jetzt nicht nur in Harlem aktuell sein dürfte, sondern überall. Denn die einzige Zeit, wo ich so mitgekriegt habe, wo die Jugendlichen wirklich in Massen sich in Buchhandlungen begeben haben, war zu Harry-Potter-Zeiten. Noch bevor die Filme rauskamen, da war es dann auch schon wieder rum. Nein, Spaß. Also das ist ein sehr wichtiges Thema, für das sich ja auch viele Royals einsetzen, nicht nur in Großbritannien. Auch die europäischen Royals sind ja da immer wieder aktiv. Barbara Bush, die ehemalige Präsidentin, Präsidentengattin, hat sich auch für dieses Thema sehr, sehr stark gemacht, hat sich da sehr eingesetzt. Dolly Parton, die ihr vielleicht als Country-Sängerin und Autorin kennt, hat seit Jahren ein Projekt, das sich, glaube ich, One Million Books nennt und die regelmäßig Bücher an Schulen verteilt, die auch immer wieder in Schulen auftritt und mit den Schülern zusammen liest und die halt dieses Lesen fördert. Und das sind großartige Geschichten und ich fand im Prinzip auch diesen Auftritt in Harlem toll und eine gute Idee. Aber in diesem E-Mail-Austausch wurde vom Team von Archwell, genau, Camilla auch, die ist da auch sehr, allerdings guckt die allgemein, also die guckt nicht nur auf Jugendliche, sondern die Königin schaut auch allgemein, dass allgemein in allen Altersgruppen der Gesellschaft mehr gelesen wird, was ich finde auch durchaus ein Punkt ist. Und da wird es ja auch zum Beispiel von sehr vielen Autoren, berühmten Autoren unterstützt, die da bei The Queen's Reading Room mitmachen und die da sehr aktiv sind. Da könnt ihr auch gerne mal auf Instagram schauen, da ist The Queen's Reading Room, hat dort einen Account und da seht ihr dann auch immer so kleine Filme, wo die Autoren, Schauspieler Lesungen, kleine Lesungen machen oder eben irgendwas dazu beitragen, eben zum Bewerben. Ja, zurück nach Harlem. Es gab also vom Team von Archwell eine Mail an diese Schule und da musste man sich schriftlich dazu verpflichten, im Nachgang sich nicht negativ über dieses Event oder über das Herzogspaar zu äußern. Und das ist natürlich schon, wow, das ist ein echter Sprung, wenn man mich fragt, weil sowas macht man eigentlich jetzt gar nicht. Also diese Non-Disclosure-Verträge, die besagen, dass man sich eben im Nachgang zu der Sache XY oder der Person XY nicht äußert, sind in den USA, muss man sagen, Gang und Gäbe, aber nicht bei solchen Events. Also das macht man halt nicht. Ja, wenn man Vier-Augen-Gespräch mit dem Präsidenten hat, dann ist man natürlich im Nachgang gehalten, darüber nichts zu sagen, aber in so einem Fall, hä? Und man hat der Schule auch klargemacht, dass wenn das so nicht unterschrieben würde, dann würde auch diese Veranstaltung nicht stattfinden. Daraufhin haben natürlich alle unterschrieben und Megan und Harry konnten dann einlaufen. Nein, es musste nämlich noch. Und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Archwell hat in Meghans Auftrag der Schule gesagt, was für Sitzkissen organisiert werden müssen und in welcher Farbe. Und Megan hat dann auf so einem Sitzwürfel gesessen, in so einem, wenn ich mich recht entsinne, war das, glaube ich, so ein Lila-Ton oder so. Und die Kinder und Harry saßen ihr zu Füßen auf flachen Sitzkissen. So, und die Begründung dafür war auch noch, dass diese Farben dem ästhetischen Bedürfnis der Herzogin entgegenkämen, beziehungsweise entsprechen. Ja, wer die Deko zahlen muss, Andrea, das ist ja eine sehr gute Idee. Rat mal. Die Schule natürlich. Aber die Schule wurde auch dadurch geehrt, dass Megan tatsächlich einen Kaschmier-Mantel im Wert von 6.000 Dollar getragen hat und dazu ein paar Hosen im Wert von 1.700 Dollar. So, und jetzt würde man sagen, okay, wenn das jetzt so eine Schule für superreiche Kinder wäre, von Anwälten, Adligen, Unternehmern und weiß der Teufel was alles, dann hätte man ja noch gesagt, okay, da tragen die Schüler jetzt wahrscheinlich am Handgelenk mehr Geld als die Megan am ganzen Leib. Aber tatsächlich ist es so, dass in dieser Schule in Harlem 90 Prozent der Kinder schwarz sind, was schon mal darauf hinweist, dass wir es mit keiner sozial hochgestellten Schule zu tun haben. Und 95 Prozent der Schülerinnen und Schüler dieser Schule sind qualifiziert für kostenloses Schulessen. Das heißt, sie kommen aus einer Familie, die so arm ist, dass sie nicht mal das Schulessen, wir haben in den USA Ganztagsschulen, dass sie nicht mal für das Schulessen bezahlen können. Das heißt, es gibt dann immer Privatleute, es gibt staatliche Einrichtungen und so weiter, die Geld für dieses Schulessen geben. Und wenn du dann dafür qualifiziert wirst, weil du eben aus entsprechend armem Hintergrund kommst, dann bekommst du eben dieses Essen bezahlt. Und in dieser Schule sind also 95 Prozent der Kinder dafür qualifiziert. Jetzt kann man natürlich sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit auch viele von diesen Diskussionen mitbekommen, weil sie eben immer so teuer, aber wenig gut gekleidet ist. Also Stichwort Knitterfalten. Und ich habe dann immer so an Evita Perron gedacht, der mir auch mal gesagt hat, ja, man könne nicht nachvollziehen, dass sie in Dior-Kostümen zu den Ärmsten der Armen ginge. Und sie sagte immer, sie würde das machen, um auch den Armen zu zeigen, dass man es nach oben schaffen kann, weil sie ja selbst auch aus allerärmlichsten Verhältnissen stammte und auch als Schauspielerin nicht so wirklich erfolgreich war und sich dort hauptsächlich von Marte T. ernähren musste. So, vor kurzem hat mir auch noch jemand das Zitat der Queen Mum mit auf den Weg gegeben, die während des Krieges bei ihren Besuchen bei ausgebombten Familien auch auf ihre schicke Kleidung angesprochen wurde. Und sie sagte, sie empfände es als Ausdruck von Respekt, wenn man sich gut kleidet, auch wenn man zu ausgebombten Menschen geht. Denn umgekehrt würden sie, also der angesprochene Journalist, würden sie es ja auch so machen, wenn ich sie einladen würde. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Queen Mum das wirklich gesagt hat. Kann sein, sie hatte ja ein Händchen für gute Zitate. Also insofern kann es durchaus sein. Ich persönlich finde, dass man sich gut kleiden kann, auch ohne zigtausende von Dollar für einen Mantel oder eine Hose auszugeben. Man kann natürlich, oder wenn man jetzt auf einen Ball geht und man trägt ein Abendkleid für mehrere tausend Dollar, dann habe ich da vollstes Verständnis. Dann haben auch die Fotografen was zu fotografieren und alle freuen sich, alle sind glücklich, es kommen schöne Bilder dabei raus und so weiter. Also da bin ich wirklich die allerletzte, die mit dem Knüppel draufhaut und sagt, nein. Aber ich muss auch sagen, ich muss angemessen gekleidet sein. Also wenn ich bei uns zum Bäcker gehe, gehe ich da auch nicht in Balrobe hin, sondern ich gehe in Jeans und T-Shirt normalerweise. So. Und wenn ich jetzt an so eine Schule gehe, dann kann ich mich gut kleiden, ich kann mich sogar elegant kleiden, aber meine Sachen keine Ahnung von Zara, von H&M oder von sonst wem anzubieten. Denn, ja, ich kann auch in deren Klamotten gut aussehen und die bieten auch eine gescheite Qualität. Also da steht dann zwar auf dem Etikett nicht Dior oder sonst was drin, aber so what, ja. Und dadurch bin ich ja dann gleich auch nochmal sozusagen, ja, Vorbild für die Leute, ja. Ich kann, sie gucken mich an und sagen, oh, das steht ihr gut, kann ich ja vielleicht auch mal ausprobieren, ja. Einfach den Style nachmachen. Catherine lebt das vor, ja. Ja, ich habe so ein bisschen meine eigene Meinung zu Kate und ihrer Mode, ehrlich gesagt. Wer diese Meinung wissen will, dem kann ich sie gerne mitteilen. Ja, aber ihr seht es zum Beispiel bei meinem großen Modevorbild, Königin Maxima, die ja auch immer auf den Punkt gekleidet ist, aber immer mit einem Twist, sie spielt auch mit Schmuckstücken, sie trägt ja gerne sehr, sehr auffälligen Schmuck und das ist ja auch immer was zu gucken. Andrea, Stefanie, meint ihr jetzt mich mit Kates Mode? Dann erzähle ich es euch nämlich kurz. Ja, Kates Mode. Es ist so, ich persönlich finde, Kate hat eine sehr sportliche Figur. Ich mag eher Frauen so, ich sage mal, Stil, Königin Maxima, also von der Figur her, Königin Maxima, Sarah Ferguson, also ihre Tochter Eugenie. Das sind so die Frauen, ich sage jetzt mal, meine Oma hat gesagt, an denen, was dran ist. Ich finde es immer ein bisschen schöner, als diese als diese Dürrenlatten, Entschuldigung. Also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten. Es gibt auch Frauen, die sehr, sehr schlank sind und sagen, das ist nicht meine Absicht, ich habe Essprobleme oder mein Körper verschafft es halt schnell oder so. Königin Letizia ist auch so ein Fall auch extrem schlank. Klar, die machen das eigentlich vor, Sarah trägt sie ja sehr gerne und Sarah ist ein spanisches Label, für die, die es jetzt vielleicht nicht wissen und die bieten sehr schicke, sehr extravagante Mode teilweise, auch schöne Basic-Stücke an. Ich bin ein großer Sarah-Fan, muss ich gestehen und das immer, immer zu einem wirklich guten Preis und man kriegt auch schöne Mode bei denen, ich mache jetzt gerade Sarah-Werbung, nein, ihr wisst, was ich meine, man kriegt halt sehr schöne Mode bei denen, die auch für kräftigere Frauen gut aussieht und ja, wie Andrea richtig sagt, sie bietet, sie bietet was, Maxima bietet was fürs Auge. Kronprinzessin Viktoria, dasselbe, dasselbe Thema, auch nachdem sie ihre Essstörung Gott sei Dank, Gott sei Dank überwunden hatte, ist sie jetzt etwas kräftiger geworden, hat immer noch eine sehr schöne Figur, aber ist etwas kräftiger geworden, wie gesagt, Gott sei Dank und hat auch immer so ein bisschen so ein Twist einfach dabei, ja und das ist was, was mir bei Kate vollkommen fehlt, sie hat immer diese extrem langen Röcke an, sehr auf Figur geschnittene Kleider, unbenommen, es sieht gut aus an ihr, aber ich finde, es fehlt mir immer so der Pfiff, es sieht meistens so altbacken aus, also an sich schon, Gott, ja wie sagt man das, im Prinzip schon gut, aber langweilig auf die Dauer oder in letzter Zeit hat sie es sich angewöhnt, immer diese Schackett und Hose zu tragen, ja, wenn man das mit den entsprechenden Farben macht, sie hatte da jetzt diesen, immer wieder diesen roten Blazer von Zara an, das war, das sieht gut aus, ja, zwischendrin hat sie auch mal ein bisschen frische Kombinationen, aber im Prinzip, finde ich, ist das Ganze, ihr hättet jetzt beinahe gesagt, trutschig, also, meine Oma hätte halt so was angezogen und ich finde, wenn man, wenn man so aussieht wie sie, wenn man das Geld hat wie sie und dann kann man wirklich andere Sachen bespaßen und man kann auch mal wagemutig sein und das ist das, was mir eben bei den vorgenannten Stilikonen gefällt, dass sie auch mal in ihrer Mode wagemutig sind, dass da auch mal Unerwartetes passiert, ja, wie Kronprinzessin Viktoria erinnert euch im Sommer in ihrem knallgelben Tüllkleid und ich fand das so klasse, es hat mir so gut gefallen, ich meine, klar, kein normaler Mensch könnte in so einem Ding irgendwo aufschlagen, ja, aber es sah bei ihr so toll aus und es war so auf den Punkt und es hat mir so gut gefallen. Und von daher sage ich, da kann auch mal wagemut dabei sein. Diana genauso, richtig, Camilla entwickelt gerade einen total geilen Stil, ja, also die Abendrube, diese blaue mit dem Cape, die sie getragen hat in Paris, wow, dazu den Schmuck, also, ey, ich wurde ja gar nicht mehr fertig, ja, und nebendran die verhungerte Madame Macron, ach gut, da wusste ich auch gleich, wer mir besser gefällt. Ja, die, klar, jede, Kate sticht ihren Mann aus bei öffentlichen Auftritten, logisch, weil Männer halt, gerade wenn sie einen bestimmten, eine bestimmte Position haben, können halt modisch nicht wirklich wagemutig sein, außer Charles, wenn er im Schottenrock auftritt, aber das ist ja auch schon wieder klassisch, ne, aber, ähm, ich denke, Camilla macht das so, weil sie inzwischen entdeckt hat, dass sie mit ihrer Mode Botschaften aussenden kann, dass sie ein positives Feedback bekommt, wenn sie in auffälligen Sachen auftritt, und dass sie sich jetzt einfach in ihrer Rolle auch wohler fühlt, dass sie nicht mehr als graues Mäuslein hinter ihrem Mann, ganz klein, 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 sich verstecken, wie ja so die, kennt ihr auch noch das, das Morgenstern-Gedicht von Gerd Fröbe, total süß, also das macht Camilla nicht mehr, und ich denke, dass es einfach, ja, weil sie jetzt ihren Platz gefunden hat, weil sie ihr Selbstbewusstsein entwickelt hat, und weil sie, ja, weil sie sich in ihrer Rolle wohl fühlt, und dadurch wird sie auch ein bisschen wagemutiger bei ihren Kleidern, sie hat auch offensichtlich jetzt so ein bisschen ihren Schnitt gefunden, der sie sehr gut aussehen lässt, der wirklich toll zu ihr passt, und in dem sie sich auch ganz offensichtlich sehr wohl fühlt, also wo sie sich bewegen kann, wo sie auch mal sich vorbeugen kann, ohne dass was Dummes passiert, und es kann auch mal ein Wind gehen, ohne dass was Dummes passiert, weil wir haben ja schon oft gesehen, Camilla hat mit dem Wind echt Probleme, da wird immer alles so, wow, und sie muss immer ihren Hut halten, und so, da tut sie mir alles ein bisschen leid, aber ich denke dann auf der anderen Seite, dann genehmigt sie sich hinterher einen Gin Tonic, und ist auch wieder zufrieden. Der Jumpsuit, ja, sehr überraschend, sehr überraschend, da war ich ja total platt, als sie den anhatte, und dachte, alter Schwede, hat mir super gut gefallen, und ich dachte, genau dieser modische Wagemut, ohne jetzt, ich sag mal, exzentrisch oder geschmacklos zu werden, würde Kate, die ja 50 Jahre jünger ist, als ihre Schwiegermutter, auch mal gut tun, und wir haben das ja auch damals bei Diana gesehen, ihr erinnert euch, wie sie dieses, was war denn das, ein Smaragd-Kollier, so einen Joker hatte sie, und den hat sie dann in Japan als Stirnband getragen, oder sie hatte so ein tief ausgeschnittenes, am Rücken tief ausgeschnittenes Abendkleid, und dann hat sie so eine ganz lange Perlenschnur gehabt, die sie dann im Rücken einmal geknotet hatte, und die hing dann im Rücken runter, lauter so Sachen, oder wo es, okay, da wurde es dann schon ein bisschen, da erinnern sich, glaube ich, auch die allerwenigsten dran, sie hatte mal bei einem Abendtermin, einen karierten Herrenhausmantel an, der war in so pink-lila-Blautönen kariert, hatte so einen gesteppten Kragen, und auch so eine Kordel zum Binden, und ich fand damals, es war mutig, oder auch bei ihnen in Italien, diesen komischen Riesenhut mit der Klappe hoch, und diesen riesen Kragen und so, was sie da anhatte, das war wagemutig, aber dadurch hat sie eben den Fotografen was zum Knipsen gegeben, es gab hinterher Fotos, über die man reden konnte, eine Mode, über die man diskutieren konnte, und das ist es, was die ganze Sache ausmacht, ich meine, deswegen, sind wir mal ehrlich, sitzen wir hier und sprechen über die Royals, einfach auch, weil es schöne Bilder gibt, und weil wir schöne Kleider sehen, und einen tollen Schmuck, und wem das nicht gefällt, mein Gott, der ist nicht hier am Kanal dabei, und der guckt auch nicht in die entsprechenden Dokus, aber uns macht es einfach Spaß, und das ist, finde ich, die Hauptsache. Ja, jetzt haben wir einen riesen Ausflug gemacht zur königlichen Mode, ach, ich glaube, das werde ich mal zu einer ganzen Sendung machen, oder? Das fände ich jetzt gerade mal total rasant. Ja, würde ich gerne noch einen ganz kleinen Moment zurückkommen auf Megan, und dann das Ganze abschließen. Ich fand eben diesen Auftritt in dieser Schule vor allem, also jetzt nicht mal so sehr wegen der teuren Klamotten, und wegen dem Non-Disclosure Agreement, und was weiß ich, das war es noch nicht mal, was mich wirklich gestört hat. Wirklich gestört hat mich das Buch, das sie vorgelesen hat, nämlich The Bench. Das ist ziemlich untergegangen, denn Megan hat uns ja auch schon, wie ihr Mann auch, mit Büchern beglückt, nämlich mit The Bench und The Pearl. The Pearl ist irgendwie ein Kinderbuch über ein Mädchen, das da irgendwelche Abenteuer erlebt, und The Bench ist ein Buch, bei dem die Welt sich nicht einig ist, ob es jetzt ein Kinderbuch ist, weil von der Aufmachung her ist es wohl eins, von der Thematik her richtet es sich wohl aber eher an junge Erwachsene, Schrägstrich Erwachsene, und The Bench hat zum Inhalt eine Familie, die immer auf einer Bank über wichtige Ereignisse im Leben der Familie spricht. Und die Illustration, ich habe mal reingeguckt, ja stimmt, Karin, du hast recht, Rechnen und ich funktionieren, ich zusammenfrag mal meinen alten Mathelehrer. Ja, das Bizarre ist, ich habe mir die Illustrationen angeguckt, die werden allenthalben über den grünen Klee gelobt, kann ich auch, haben mir super gut gefallen. Merkwürdigerweise besteht diese Familie aus drei Personen, einer Mutter, die komischerweise aussieht wie Meghan, einem Soldatenvater, der komischerweise aussieht wie Harry, und einem Kind. So. Und davon abgesehen, dass Harry schon lange nicht mehr in der Armee war, als er Vater wurde, ist das ganze Buch, ja, es hinterlässt einen eigentlich ratlos. Man denkt sich, warum, wieso, weshalb. Und das ist der Punkt, wo ich dachte, wenn ich in eine Schule gehe und ich will das Leseinteresse der Kinder wecken, dann nehme ich doch tunlichst nicht mein eigenes Buch, das ich geschrieben habe, sondern ich nehme doch dann ein Buch, das jemand anderer geschrieben hat, der vielleicht ein qualifizierter oder qualifizierte Autorin ist. Also was weiß ich, ich würde mich dann hinsetzen und würde halt aus Bibi Langstrumpf vorlesen oder aus Harry Potter vorlesen oder so, ja, oder aus einem Kinderbuch, das ich vielleicht für meine eigenen Kinder genommen habe und wo, wo ich weiß, dass meine eigenen Kinder in dem Alter dieses Buch besonders geliebt haben, ja. Was aber Megan macht ist, sie setzt sich mit ihrem eigenen Buch hin und liest aus diesem Buch den Kindern vor. Und da habe ich gedacht, Mädel, eben hat es überhaupt nichts mehr mit dem Thema, dass du die Kinder zum Lesen kriegen willst, zu tun, eben ist es nur noch Eigenwerbung. Nichts anderes. Wenn König Charles heute irgendwo hinkommt, was weiß ich, zur Chelsea Flower Show, dann bringt er ja auch nicht sein Buch über High Growth mit und sagt, hey, übrigens, ich lese euch mal was aus. Nein, weil das ist Eigenwerbung, ja. Und das sind immer, das sind so Sachen, wo ich einfach sage, das sind so Momente, ich werde oftmals gefragt, ja, wie kannst du dir da überhaupt ein Bild machen oder wieso sagst du sowas, du kennst die ja gar nicht persönlich oder ja, geschrieben wird viel und das kannst du nicht einfach weitertragen. Das mache ich nicht. Ich gucke mir an, was diese Leute tun und was sie nachweisbar sagen. Und wenn sich Megan bei diesen Kindern in Harlem hinsitzt und liest aus ihrem eigenen Buch und nicht aus dem Buch, das sie eben besonders gut findet für Kinder aus diesem Alter, dann ist es einfach Eigenwerbung und dann heißt es einfach, hey, ich hebe mein Buch in die Kamera, tue so, als würde ich hier was Gutes tun. Na ja, wenn was Gutes dabei rumkommt und die Kinder fangen jetzt an zu lesen, ist auch schön, dann habe ich nichts dagegen, aber Hauptsache, bitte mich mit meinem Buch fotografieren, ja, und bitte kauft es mein Buch und so. Das geht einfach nicht, macht man nicht. Und das ist der Moment, wo ich sage, da ziehen sich Leute die Maske vom Gesicht oder bin ich letztens auf Instagram ziemlich attackiert worden, weil ich es gewagt habe, was gegen Megan und ihr soziales Engagement zu sagen. Aber wenn diese Frau nach Südafrika reist, in einen Slum geht und dort mit den Leuten spricht, die jeden Tag ums Überleben kämpfen, die das unglaublich kreativ tun, die unglaublich kreativ in ihrem eigenen Leben was auf die Beine stellen und sie wird hinterher interviewt und der Interviewer sagt zu ihr, wie geht es Ihnen, Ma'am? Und sie sagt, oh, wie schön, dass auch mal jemand fragt, wie es mir geht. Dann sitze ich da und denke so, du hast es nicht verstanden, oder? Hast du eben gerade gesehen, wo du gewesen bist? Wenn sie jetzt gesagt hätte, mir geht es jetzt momentan gar nicht gut, weil ich war in diesem Slum und das hat mich echt jetzt mitgenommen und dann hätte jeder hätte sie umarmt und hätte gesagt, Mai, du hast echt wirklich Empathie am Start und so, aber das hat sie nicht gemacht. Oh, wie schön, dass mal jemand nach mir fragt und ich dachte, ah, nein, das ist, wow, so und insofern möchte ich jeden bitten, der sich mit diesen Themen befasst, so wie wir es hier in unserer Runde tun, einfach zu gucken, was machen diese Leute, was sagen diese Leute und das ist oftmals so viel sprechender als das, was andere sagen, dass sie denken, dass sie täten oder so. Also einfach auf die Fakten gucken, auf das gucken, was die Leute machen, auch ein bisschen hinterfragen, weil ich habe diese Leseaktion von Megan zuerst auch wohlwollend gesehen, habe gedacht, ja, coole Aktion und erst als jetzt dieses mit den E-Mails aufkam und ich da wieder so ein bisschen nachrecherchiert habe, habe ich gedacht, nee, das ist komplette Eigenwerbung, das ist nichts anderes und dass diese bestimmten Sitzkissen und sowas angeschafft werden mussten, das hat einfach den Hintergrund, dass die ihr zu Füßen sitzen, was ja auch schon mal so eine Geschichte ist, ja, so ihr da unten, ich hier oben, das finde ich schon mal ungut und dann, dass das farbig zum Outfit von ihr passen muss, weil das ihrem ästhetischen Empfinden entspricht, also Leute, wer da noch was Gutes dran findet, der, dem ist glaube ich nicht zu helfen. So, jetzt gucke ich mal kurz auf die Uhr, eine Stunde, 15 Minuten, let's call it a day. Ich habe mir überlegt, ich werde euch ein anderes Mal ein bisschen noch was über meinen Amerika-Urlaub erzählen und vielleicht auch mal so ein paar Fotos teilen, die ich dort gemacht habe. Ich war hochbegeistert, schockverliebt, richtig tolles Land und deswegen interessiert es mich umso mehr, wir wollen nämlich nächstes Jahr nach Kalifornien. Ich werde mal mit meinem Mann reden, ob wir mal nach Montecito fahren und mal klingeln bei den Sussexes und gucken, ob sie uns zum Tee einladen. Das wäre der Witz des Tages, aber das machen sie ja offensichtlich nicht, denn sie haben ja sogar einen Nachbarn abgeschmettert, der extra alte Fotos zusammengestellt hatte für die beiden, damit sie so eine Idee kriegen, wie das früher ausgesehen hat, wo ihr Haus jetzt steht und wie das so alles war und ihnen da so ein bisschen einen Eindruck zu geben. Und der wurde ja schon vom Wachposten abgeschmettert und er hat dann gemeint, ob er dieses Erinnerungsbüchlein wenigstens da lassen könne, damit man es dem Herzogspaar übergibt. Aber auch da wurde ihm dann beschieden, er solle das Matulis wieder einpacken und abhauen. Ja, das könnte durchaus spannend werden in Kalifornien. Ansonsten habe ich jetzt einfach aus unserem heutigen Plausch mal mitgenommen, dass wir mal ein bisschen was über die royale Mode machen. Ich habe ja auch schon länger mal angekündigt, einen Film über die royalen Brautkleider zu liefern. Da habe ich mal so stapelweise meine ganzen Brautmodenbücher zusammengesucht und bin da jetzt gerade schwer am berkeln. Ansonsten beginnt Ende des Monats die Frankfurter Buchmesse. Da werde ich freitags dort sein. Wird auch so an verschiedene Stände gehen, werde ein bisschen gucken, was so neue Bücher angeht, die so in unser Thema hier reinpassen. Ich habe auch jetzt demnächst am Start ein paar neue Bücher, zum Beispiel über Ludwig II., über Sissi, ein fantastisches neues Buch, eine Biografie über sie, das geheime Leben der Kaiserin. Da steht im Prinzip alles drin, was ich schon seit Jahren wissen möchte. Und jetzt weiß ich es und mein Bild von ihr wird bestätigt. So viel als Spoiler vorab. Und also da kommt ganz Tolles. Und ansonsten werde ich auch von der Buchmesse berichten. Ich hoffe, das interessiert euch auch ein bisschen. Wäre schön. Vielleicht kriege ich da auch mal ein Gespräch mit dem einen oder anderen hin. Und ansonsten stehen ganz, ganz viele neue Projekte am Horizont, neue Themen und Bücher, die ich euch vorstellen will und tausendelei Sachen. Ihr kennt mich ja immer so. Bei mir ist immer was los. Ja, insofern darf ich mich dann für heute von euch herzlich verabschieden. Es ist ja noch ein wunderschöner Spätsommer da draußen. Also so richtig, der fiese Herbst ist noch nicht eingetreten. Und ja, ich bedanke mich mal wieder für eure Aufmerksamkeit. Es war super, super schön, auch euch hier so ein bisschen mit euch zu plaudern hier nebenan. Mein kleiner Traum ist es ja immer, irgendwann mal so eine Kaffeeklatschrunde live zu machen. Also live und in Person oder so. Meet and Greet. Ihr dürft mir die Hand schütteln und winken. Nein, Quatsch. Ne, das, ah, vergleiche ich Sissi und Megan. ja, das ist eine Idee. An die Paarung habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht gedacht. Tschüss, Stefanie. Ja, also, wo war ich jetzt? Genau, also an so einen Kaffeeklatsch, da hatte ich ja schon länger mal dran gedacht, dass man sich einfach mal irgendwo trifft, bei einer Tasse Kaffee oder einer Tasse Tee und einfach mal so über ein paar Themen erzählt. Leider weiß ich nur ansatzweise, wer von wo ist, deswegen wüsste ich im Moment so ein bisschen nicht, wo man das stattfinden lassen könnte, dass auch möglichst viele die Gelegenheit hätten, dazu zu kommen. Aber okay, da brüten wir, ihr könnt mir gerne gerne euren Input geben und ob ihr da auch Lust drauf hättet, sowas mal zu machen und ansonsten, ja, über Sissi und Megan denke ich nach. Also da kommt was. Okay, so, jetzt. Für dieses Wochenende lassen wir es gut sein. Viele haben von euch vielleicht morgen Brückentag, Dienstagfeiertag. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit bis dahin und wenn alles gut geht, so wie ich mir das denke, dann sehen wir uns nächsten Sonntag spätestens live wieder. Bis dahin, eine richtig gute Zeit für euch und vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Achso, wo ihr her seid, von strax at web.de da einfach hinschreiben. Das wäre das Einfachste und dann würde ich einfach eine Gruppe machen irgendwie und würde dann anschreiben, wo wir uns treffen könnten. Okay, wenn ihr da natürlich einen Location-Vorschlag habt, immer gerne. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.